Musik Tja, man hat darauf bestanden, dass ich Sie heute empfange. Normalerweise pflege ich sonntags nicht zu operieren. Nun ja, Sie scheinen eine sehr wichtige Persönlichkeit zu sein. Machen Sie es sich bequem. Ich werde Ihnen einige Fotos zeigen, die Ihnen die Wahl erleichtern werden. Und wenn es nicht allzu kompliziert ist, geht es recht schnell. Ich glaube, das hier wäre perfekt für Ihre Kopfform. Beachten Sie bitte die Konturen. Kräftig hervortreten und sehr persönlich. Nichts für mich. Wie wäre es damit etwas mehr hochgezogene Nasenlöcher? Nein, nichts für mich. Ja, was wollen Sie dann? Eine etwas kleinere Nase. Und ändern Sie auch etwas an der Kinnbackenlinie? Ja, selbstverständlich, gern. Und kann man die Augen blau machen? Mit Kontaktlinsen? Oh ja, ich glaube, das geht ohne Schwierigkeiten. Machen Sie es. Aber machen Sie schnell. Also wollen wir noch mal festhalten, was Sie genau wollen. Ich will anders und ich will gut aussehen.